Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Evangelischen Jugend Rheinsdorf. Wir sind heute hier aus aktuellem Anlass im Kindergarten in Warendorf. Heute ist Weltkindertag und da haben wir uns gedacht, verschönern wir den Kindergarten unserer Gemeinde. Wir sehen hier am Zaun einige Erinnerungstafeln von früheren Kindergartenkindern. Unsere Konfirmanden und die anderen Teamer schmücken den Kindergarten weiter, ein neues Willkommensschild. Der ganze Kindergarten wird als Geschenk eingepackt und man sieht auch die von uns gestalteten Schöpfungstafeln. Hier neben mir haben wir eine Kette aus 100 Lollis gebaut an einem Seil für den Kindergarten im Warendorf. Und dann kommt die Haare im eigentum. Musik 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 Auf der Kopfa-Matten-Freizeit haben wir alle wieder erzuhren. haben wir den Schöpfungsweg selbst aufgemalt. Hier sieht man schon eines der Kunstwerke davon, der die Schöpfungsgeschichte in sieben Tagen darstellt. Und die sind hier im Kindergarten in Barendorf ausgestellt, damit die Kinder sofort wissen, was in der Schöpfung passiert ist. Das heutige Projekt zum Thema Kinderrechte war natürlich nicht unser einziges. Ab jetzt beginnt unsere große Aktion ActionKids, Kinder gegen Kinderarbeit. ActionKids ist ein Projekt der Kindernothilfe und dieses Jahr wird sich dafür eingesetzt, dass die Kinder in Peru nicht mehr so viel arbeiten müssen. Wir sammeln Geld, indem wir zum Beispiel Laub haken und dafür freiwillige Spenden nehmen, Lichtspiele verkaufen, Kekse verkaufen und noch andere Aktionen machen, bei denen wir Geld einnehmen, das dann gesammelt zur Kindernothilfe im Rahmen des ActionKids-Projektgüttes geschickt wird. Engagiert euch für ActionKids! Merken Sie sich zudem auf den 24. Oktober 2014. Die evangelische Jugend wird dort im Pfarrhaus Rheinsdorf eine große Aktion zu dem Thema Fürchte dich nicht! Gott ist immer bei dir! Veranstalten! Sie sind alle herzlich eingeladen! Die Spenden, die wir als Eintrittsgelder einnehmen, kommen natürlich auch zu unserem ActionKids-Projekt zugute.